Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, euer Yassin. Und ja Leute, heute natürlich mal wieder ein Shop-Video. Und zwar Leute, der Shop aktualisiert sich in 3 Minuten und 48 Sekunden. Und ja Leute, wir gehen einfach kurz die Sachen durch. Reflex Kling. Dann der Skin Sirene. Dann Vag und Exitus Exter. Dann Sternenwucht. Dann natürlich das Gen Haze. In der Variante und in der Variante. Dann Leute, Sarkia. Himmlisch, die Lackierung. Tugend. Und Leute, Malkor. Malkor. Und der böse Blick. Dann Leute, in der Mitte des heutigen Shops. Crazy Boy. Dann Knight Rider. Sturm Trooperin. Setz dich doch. Schmeidige Move. Und blauer Schock. Sieht eigentlich ganz nice aus. Dann Leute, rechte Seite sind noch die... Äh... Hier Leute, einmal... Psy-Dolf. Psy-Flügler. Risikoklinge. Und unaufhaltbare Kraft. Dann Leute, das Psylocke Set. Einmal mit Psylocke. Der dann dieses Backbling. Domino mit diesem Backbling. Und Cable mit diesem Backbling. Dann Leute, Gravenpool. Und Kuschelpool. Und dann... Hier noch ein Drachenohr. Flirt unterwegs. Fleischhämmer. Und Chimichanga. Ja Leute, hier alles nochmal einzeln. Und ja Leute, das war es auch schon mit diesem Ding. Und ja Leute, wir haben noch eine Minute Zeit. Ist eigentlich recht viel. Und ja Leute, ich würde sagen, checkt dann auch mal gerne das Video hier vorab. Und zwar das Video, FIFA Video. Ich mit Dresden gegen Bielefeld auswärts. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und heute kommt auf jeden Fall auch noch ein Karriere Video wieder online. Und ich werde heute früh wahrscheinlich streamen. Auf YouTube. Und Leute, wenn euch das Video gefällt, lasst natürlich sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und dann warten wir jetzt noch, bis der neue Shop sich aktualisiert. Und ja, ihr seht ja alles nochmal einmal in der Übersicht, Leute. Und Leute, Live-Event wird wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen kommen. Ich weiß noch nicht wann. Aber wenn Leute, ich werde auf jeden Fall das Live-Event streamen. Weil, ja, Live-Event ist Live-Event. Und ich werde alle Live-Events, wenn es geht, streamen. Und Leute, der Shop aktualisiert sich in 6 Sekunden. Was kommt heute rein? Etwas Neues? Fragezeichen, das erfahren wir in 3, 2, 1 und go. Oh, Leute. Ein neuer Skin. Und da, Brandschädel. Finde ich nice. 1500 V-Bucks. Kann man sich holen, muss man aber nicht. Aber ja, ich finde schon mega nice. Dann Leute, Lace ist wieder drin. Sehr, sehr nicer Skin. Einmal in der Variante. Und in der Variante. Dann Leute, natürlich Paradox dann natürlich auch. Mit diesem Backbling. Und sie mit diesem Backbling. Dann, Allsicht. Leute, macht kein Auge. Pickaxe. Hier haben wir das Sound. Finde ich mega nice. Hätte ich die V-Bucks, würde ich sie mich vielleicht holen. Und natürlich noch Equilibrium. Finde ich nicht so nice. Dann Leute. Geheimkanal. Als Rücken-Accessoire. Finde ich könnte man als Backbling für diesen Skin benutzen. Wenn ich das gerade mal so sehe. Weil, ich finde es passt. Und ja. Dann noch Gesandte. Nur für 8er V-Bucks geht in Ordnung. Finde ich ist jetzt nicht mein Favorit. Oder Leute. Dynamische Shuffle. Neuer Tanz. Hier Leute nochmal von vorne. Finde ich ist ganz nice. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Dann Leute. Gaunarin ist mal wieder im Shop drin. Nach sehr, sehr langer Zeit. Ist ein mega nice das Skin. 1.500 V-Bucks. Gehen in Ordnung. Finde ich nice. Dann Leute. Ins Schwarze ist auch wieder drin. Leute. Ich habe ihn mir geholt. Jetzt ist er drin. Aber Aura ist nicht drin. Also Leute. Hier einmal in den zwei Varianten. Einmal in der. Und dann einmal nochmal in der Valentinstagsvariante. Dann Leute. Pizza Party. Habe ich auch schon mega lange. Dann. Rundes Repertorio. Finde ich ist jetzt nicht so mein Fall. Aber na gut. Ist halt von jedem Geschmackssache. Und Leute. Dann heute noch Spülterschlag. Hier haben wir einen Sound. Dann heute die rechte Seite Ravenpool. Und Kuschelpool. Dann. Auch noch vom. Auch noch vom Deadpool Sachen. Drachenrohren. Flot unterwegs. Fleischhämmer. Hier haben wir einen Sound. Und Chimichanga. Dann Leute. Noch Psydolch. Hier haben wir einen Sound. Psyflügler. Risikoklinge. Hier haben wir einen Sound. Und natürlich noch unaufhaltbare Kraft. Leute. Hier haben wir einen Sound. Und Leute. Zum guten Schluss noch. Natürlich. Das X-Force Paket. Und zwar hier. Psycholoke. Mit diesem Backbling. Dann Domino. Mit diesem Backbling. Und Cable. Mit diesem Backbling. Ja Leute. Ich würde sagen. Das war es von diesem Video. Weil Leute. Hier sind alle Sachen. Nochmal einzeln. Überall. Wie ihr es sehen könnt. Und ja Leute. Ich würde sagen. Das war es von diesem Shop hier. Ich finde den Shop heute. Ganz ganz ehrlich. Top. Schreibt gerne in die Kommentare. Wie ihr den Shop findet. Und dann würde ich sagen. Leute. Lasst auch sehr sehr gerne. Noch ein Like. Auf das Video da. Wenn ihr das Video gefallen habt. Und dann würde ich sagen. Haut rein. Bis dahin. Und ciao. Ciao.